Ich, ich, ja genau, ich bin schlauer als überhaupt niemand, aber egal. Wie lang es überhaupt nicht dauert. Weil habe ich schon fünf Ölquellen und noch die verdammten Aufrüstungen und es dauert immer noch viel zu lang. Geil. Na also, muss mal guter Commander speichern. Wir geräufen nochmal an. Aber diesmal etwas geordneter, wenn möglich. Der war gut, ne? Geordnet, ja. Da habt ihr jetzt alle gelacht, wa? Ja, fickt euch ins Knie. Mal. Verdammt, warum? Boah, was haben die Wichser für eine Reichweite? Ich meine, hallo? Geht's noch? Alter, was ist das für eine abartige Reichweite? Und warum habe ich die zur Hölle nicht? Oh, macht die Gebäude platt. Macht's halt platt. Und tschüss. Na dann, mach. Hallo, schießen, feuern, vernichten. Und warum zieht ihr euch nicht zurück? Ey, nee. Nee, einfach nur. Geil, wir haben ewig viele Einheiten verloren. Aber wir haben sie ja. Ach, ich stapel euch mal wieder da hinten, wie's aussieht, oder? Ja. Warum nicht? Auch schon in der Zeitvertreib. Muss ich mal Kommandos nicht verlieren, ist alles in Ordnung. Oh, ich seh's ja nicht mal mehr und die können mich noch beschießen. Ich glaub's einfach nicht. Ja, Fick dich! Was haben die für Waffen? Sag mal, willst du mich verarschen? Ihr seht mich doch gar nicht mehr. Ihr könnt mich doch immer noch vernichten. Alter, fickt euch. Ich glaub's wohl einfach nicht. Muss ich da wieder rausfahren, weil mein Turm jetzt so weit schießt? Boah, jetzt schießt er rum und sch- Jetzt schießt er endlich auf den! Alter! Es ist doch nicht wahr. Ich muss doch ewig das Zeug umrüsten. Naja. Aaaaaaah! Alter! Ich glaub, es hackt ein wenig bei euch langsam. Echt, es hackt ein wenig bei euch, glaub ich. Was ist denn? So, danach brauch ich mal 3 davon. 3 davon. Und ich brauch noch irgendwo eine zweite Fabrik. Und ich weiß ja schon wo. Na, seid ihr mal fertig mit reparieren? Jawohl. Kann ich die da oben noch irgendwie kommen? Seid nicht so rassistisch. Lass mich da noch eine Fabrik bauen, ihr elendigen Rassisten. Das ist Diskriminierung gegen... Oh, jetzt kann ich da keine Fabrik mehr bauen. Das ist doch Diskriminierung gegen mich. Ihr scheiß Rassisten. Halt echt nicht. Ich könnte da noch eine bauen. Ja, genau. Arschlöcher. Und reparieren das für das Gebäude. Oh, die meisten Sachen habe ich ja jetzt abgerissen. Ich könnte es also nochmal versuchen. Ich versuche es nochmal. Blöd wie ich bin. Mit so gut wie... Wieso habe ich dem Kommando jetzt auch eine Einheit zugewiesen? Nein. Ach, scheiß doch die Wand an. Warum seid ihr jetzt dem... Ich habe sie, glaube ich, reparieren geschickt. Alter, ich sehe ja noch nicht bei den Feind. Und der schießt mich schon kaputt. Ich glaube es einfach nicht. Die Reichweite von den Einheiten, das ist einfach die Hölle. Welche Basis entdeckt? Ja, ach, echt? Oh, das ist noch eine. Fickt euch ins Knie. Oh, macht den Einheiten nochmal platt. Jetzt macht das da platt. Komm. Na also. Macht die alle platt. Oh, kommt. Macht platt. Könnt ihr euch gleich zurückziehen, wenn das platt gemacht ist. Boah, was eierst du denn da so schwuchtelig rum? Artefakt wurde gefunden. Energiesauce. So, jetzt machen wir erstmal hier alles platt, was noch rumsteht. So, und jetzt ziehen wir uns zurück. Ich habe ja, was ich wollte. Hoffe ich. Keine Ahnung. Was habe ich denn überhaupt für eine Fakt? Oh, vollständige Konstruktionstechnik. Klingt gut. Klingt gut. Nehme ich. Nehme ich. So, noch alle drei Kommande? Ich habe noch alle drei Kommande. Ja, Verluste sind akzeptabel. Wahrscheinlich verliere ich noch einen unterwegs. Weil die Einheiten so selten dämlich sind und da oben immer noch rumfahren. Und da ist noch eine Basis. Oh, geil. Komme ich denn da am besten hin? Da muss ich da so rum und... Ach, du Scheiße. Na, wenigstens gibt es viel Ölquellen. Ist doch wenigstens etwas. Ja, das wird es erst mal einen Moment dauern, bis ich da alles aufgebaut habe. Wie ich mir das vorstelle. Was sagt denn die Uhr? Ich muss das, das reicht für heute, glaube ich. Ja, Videos hochladen. Und immer noch schneiden. Ich muss noch... Ich muss noch... Ich muss noch... Ich muss noch Zeit zusammen schnipseln, muss. Ach, du Scheiße. Uiuiui, das dauert noch. Na gut, die Konstruktionstechnik erforschen wir jetzt noch und dann reicht's für heute. Und wir schauen uns direkt zu, wie die Einheiten sind wieder voll neig heilen. Aber echt mal wieder total rein heilen. Gut. Zwischen bin ich es gewohnt, also von daher... Ich glaube, ich brauche noch eine Stunde. Und, äh, da noch... Ich habe gedacht, äh, zwölf Stunden? Boah, kein Problem. Mach ja alles nicht. Easy, Blatt, easy, easy. Ja, Pustekuchen, easy. Darum denke ich mir das überhaupt noch. Ich müsste es besser wissen. Das ist doch... Ach, was weiß ich. Zwanzigtausend Einheiten. Vor allem war die ewig leicht, die da oben. Einfach so ein Nike fahren. Ja, und da ewig die Raketen. Und da auch. Und ach. Oder? Vielleicht ist da ja kaum noch was. Und ich kann da einfach reinfahren. Okay, jetzt werde ich wieder größenwahnsinnig. Scheiß drauf. Was heißt Witter immer noch? Haha, ich überschätze mir immer wieder maßlos. Jawohl. Wo bleiben die Restling-Einheiten? Die eilen noch da hinten rum. Gut. Toll. So. Und ein Commander ist völlig nutzlos. Und der andere bringt auch nicht viel. Danke fürs Gespräch. Na kommt, bewegt euch. Seid es deswegen... Bewege wie... Oh nein, nein, nein. Ihr bleibt schön da. Sind wohl nicht schon hinten alle raus? Oh, ich muss dringend noch eine zweite Fabrik bauen. Und... Würdet ihr mal wenigstens zu fahren? Ihr habt doch schon ewig die Kraftstoff-Einspritzungs-Ultra-Feuer-Turbinen-Motoren. Und die Commanders sind wieder ganz vorn. Oh, ihr seid so blöder raufzufahren, oder was? Hallo? Ja. Halte echt. Ich muss dich hier beschießen lassen, weil bei Einheiten so blöd sind. irgendwo rauf zu fahren ee echt nie schaut mal erstmal den Turm aus das Verteilungsgebäude also hört ihr Alter ich hab einen Hero geile scheiße das ist die höchste Stufe glaube ich also ich hab mein Internet nachgelesen und das einzige was noch höher ist, ist ein Hero Warum fährst du schon wieder ganz nach vorne rum? Ey. Was? Ist das die Basis? Okay. Äh. Geil. Grundlagenforschung abgeschlossen. Geil. Ich hab... Ich hab dich doch dem Commander dazu gewiesen. Äh. Grundlagenforschung. Kann ich noch mehr forschen? Oh Gott. Plastiton? Was? Was ist Plastiton? Hab ich ja noch nie gehört. Gibt's das in echt auch? Glauben nicht, oder? Ne. Was ist das? Plastiton, ey. Ich komm mal auf sowas. Lasst sie halt raus. Dumme Idioten, ihr Dummen. Aaaaaaah. Plastiton ist abgeschlossen. Auch schön, dann eben nett. Lasst sie da drin versauern. Die einen kommt nicht rein, die anderen nicht raus. Fick dich ins Knie. Es ist doch ein Graus. So, ich kann's reimen. Leine reimen, ohne zu schleimen. Woher ist das? Aus einem Käfig voll Helden. Das ist richtig. In den Mixer. So. Bauen wir da noch ganz viele Einheiten. Da wir kein Geld haben, lassen wir sie unbeschützt. Pff. Ja gut, dann. Ich hab gedacht, da ist jetzt noch irgendwie so ein Mega-Basis. Und dann, pff. Zwei Geschütze kaputt geschossen, schon war's das, oder? Was ist denn das für ein Mist? So. Ein bisschen mehr Öl jetzt. Da oben kann ich noch irgendwo ein paar Fabriken hinbauen. Da irgendwo. Und dann kann ich die gut verteidigen. Oh, schön ist das. Oh, das sind jetzt gar keine Raketen mehr. Na ja, wenn das so ist. Moment. Ist da überhaupt noch irgendwas Großartiges? Oder ist das jetzt nur noch so eine Nebenbasis praktisch? Sollen wir mal ausprobieren. Würde ich mal sagen, ne? Habe ich ja noch ein Video dazu gerecht. Erhöht Konstruktionsgeschwindigkeit. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Warum wird man da so eine Satellitenschüssel angezeigt? Der gibt doch gar keinen Sinn. Was weiß ich. Das Spiel ergibt oftmals keinen Sinn. Speichern wir nochmal. Und schauen mal, ob mal die Basis da oben reinkommt. Würde mich jetzt doch mal interessieren. Nochmal drei Stunden warten, bis alle Einheiten da sind. Hm, sammelt sich langsam wieder die Energie. Gut, ist auch gleich wieder weg. Also daher brauche ich jetzt nichts Neues zu bauen. Ja, jetzt ist sie wieder weg. Nee, da hinten ist doch noch Zeug. Sche although ich kann es nicht zur Milch fahren sehen. Ja, da hinten raus.